In dem letzten Video haben wir uns den Zusammenhang zwischen PageRank und Random Walk angeschaut bzw. die Definition uns angesehen von Random Walk in einem Graphen und haben da schon mal versucht an unserem Beispiel zu zeigen, wie also die Idee des Random Walks bzw. des Random Survers mit diesen Darstellungen oder mit diesem Bild der verlinkten Website zusammenhängt. Und wie das so grob mit dem PageRank zusammenhängt. Da hatte ich also gesagt, im Prinzip ist ein Random Walk, dass wir uns überlegen, dass irgendwie ein Surfer zufällig von irgendeiner Seite A startet oder es ist auch egal, er startet von irgendeiner Seite und dann berechnen wir immer die Wahrscheinlichkeit, mit der er auf einen Link klickt. Wir ignorieren in diesem Beispiel, dass er zufällig irgendwo hin wechseln könnte. Das spielt auch jetzt erstmal keine Rolle, weil das dann auch ein Dämpfungsfaktor wäre, wie beim PageRank auch. Aber im Prinzip könnte ich also immer sagen, wenn sich jemand auf A befindet, dann wechselt er mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Drittel auf G, auf B oder auf E. Warum? Weil wir ja mal definiert haben, dass die grundsätzliche Idee des PageRanks die ist, dass User sich sozusagen über Links zu anderen Webseiten bewegen und nun mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwo hin wechseln. Und das ist also die Idee des PageRanks. Einer startet bei A, eine Person und wechselt dann entsprechend der Links. Wir sehen, zu C kann es nicht wechseln, der Random Server. Warum? Weil A keinen Link zu C gesetzt hat. Er kann also nur diese drei Links benutzen und damit diese drei Wege gehen. Also deswegen Random Walk und die geht da theoretisch zufällig. Wir hatten ja in dem Video der Zusammenhang des PageRanks mit Spieltheorie oder mit Spielen zwei Spielformen dargestellt, nämlich Hazard-Spiele und Strategiespiele. In diesem Fall kann ich sagen, ist ein Random Walk eine Art Zufallsspiel, weil er sagt, der User entscheidet sich zufällig für einen und es ist auch gleich verteilt erstmal, wie beim Roulette sozusagen auch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eben ein auswählt, ist ein Drittel. Würden wir uns jetzt mal H anschauen und der User würde bei H starten, also hier unten, dann sieht man, dass H zwei ausgehende Links hat. Das heißt, wenn unser User zufällig auf H startet, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Halb, dass er zu I wechselt und ein Halb, dass er zu D wechselt. Man sieht so ein bisschen, wenn ich das jetzt schon berechnen will, in diesem Random Walk muss ich sehr, sehr viele Rechnungen anstellen, weil er kann ja zufällig überall starten. Das heißt, in so einer Random Walk-Berechnung würde man auch tatsächlich an jedem Knoten erstmal starten und dann sozusagen definieren, wie viele Klicks am Stück macht denn ein User. Und dann kann ich praktisch berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit landet ein User nach ein, nach zwei, nach zehn Klicks auf der Seite B, D, H, E und so weiter. Das ist also dieser Gedanke des Random Walks und jetzt schauen wir uns näher an, wie berechnet man den. Das ist also sozusagen der zweite Schritt und im dritten Schritt schauen wir uns dann an, ganz kurz, warum macht es dann auch wieder Sinn, das mit Algorithmen und mit Code und mit Computern berechnen zu lassen. Weil so in der Idee wird man jetzt schon merken, ist das dann selber zu rechnen doch sehr komplex. Deswegen geht es mir ja erstmal darum, dass wir uns beschäftigen mit den Zusammenhängen der Ideen der digitalen Ökonomie, mit eben Mathematik, mit Computern, mit Informatik. Wir müssen es ja selber dann gar nicht rechnen können, machen dann Computer, Algorithmen oder auch Experten, die da tiefer drin sind im Thema. Hier geht es ja jetzt wirklich darum, diese Grundideen zu verstehen und diese Grundberechnungen dieser Konzepte oder dieser Algorithmen. Wie geht man jetzt vor? Wir vereinfachen natürlich jetzt mal wieder in unserem Beispiel und ich nehme jetzt mal nur drei Seiten, A, B und C. Ja, und in dem Beispiel sieht man ja schon, dass sozusagen B nur ein Ausgehenden hat, ein Verweis, also B verlinkt nur auf A und C hat zwei Ausgehenden, nämlich auf A und auf B und A verweist auch auf C und auf B. Und jetzt wollen wir wissen, wenn sich dort also ein Surfer zufällig bewegt und wir mal jetzt bei C starten, dann wollen wir wissen, wie wahrscheinlich ist es, wenn ein User auf C startet, dass er zu B geht oder zu A geht. Und dann können wir im nächsten Schritt noch Folgendes machen. Wir können sagen, wir schauen uns mal die Wahrscheinlichkeit an, wo ein User, der auf C startet, nach zwei Klicks sich befindet. Wir könnten ja sagen, da startet hier der User zufällig bei C und dann klickt er zufällig B an. Ja, und wo endet er im nächsten Klick? Naja, bei A. In dem Fall schon relativ simpel logisch, weil wenn ich von C auf B geklickt habe und ich folge den Links, dann kann der User eigentlich nur noch zu A gelangen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz, ja, ein bisschen intensiver schon als kurz. Also wir schauen uns einfach mal an, wie kann man das jetzt berechnen und wie hängt das auch wieder so mit grundsätzlichen Ideen zusammen. Wir sehen auch hier erstmal den ersten Schritt. Wir haben einen Graph und diesen Graph übertragen wir in eine Matrix. Also jetzt haben wir schon wieder zwei tolle Darstellungen, die passen super zu Computern und zur digitalen Ökonomie. Wir haben eine Darstellung eines Netzwerks, Kanten und Knoten, mathematisch ein Graph. Und wir haben eine wunderbare Matrix, in der wir einfach mal die Webseiten CBA nennen und dann haben wir hier auch wieder eine Darstellung, Unterschied zu Videos von davor ist, dass wir jetzt nicht von links nach rechts schauen, sondern von rechts nach links. Das ist also eine Markov-Kette. Wir starten jetzt bei C und sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein User von C zu C wechselt. Und in unserem Beispiel, weil wir jetzt die Selbstverlinkungen ignorieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von C zu C wechselt, 0, weil wir keine Eigendings betrachten. Theoretisch könnte man das tun, dann würde es dann ein bisschen anders funktionieren, geht aber auch. Und wir sagen, naja, wenn wir den nächsten Klick betrachten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von C zu oder nach B wechselt, 0,5. Warum? Zwei ausgehende links, also 1,5 mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 und 1,5 wechselt er nach zu B und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 zu A. Und das schauen wir uns jetzt für alle an. B wechselt eben mit 0% Wahrscheinlichkeit wieder zu C. Warum? B hat keine Verlinkung zu C und B hat auch keine eigene Verlinkung, beziehungsweise wir ignorieren sie. Und B hat eine Verlinkung zu A. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Random Server von B zu A wechselt, ist 1, also 100%. Und dann macht man das Ganze auch noch in der dritten Spalte und dann haben wir also ein Halb von A nach C. Warum? Ein Link A nach C, ein Halb A nach B und wir ignorieren die Selbstverweise, haben wir hier auch nicht dargestellt. Kleiner Hinweis, wenn man das machen würde, würde man so eine Art Schlaufe ziehen, dann würde man Selbstverweise berücksichtigen. Das tun wir aber hier nicht und deswegen steht von A zu A 0. Also, in diesem Teil haben wir uns jetzt also nochmal ganz kurz angeschaut, was ist der PageRank im Sinne des Random Walks, also was ist ein Random Walk innerhalb von so Website-Verlinkungen. Und wir haben uns bis jetzt angeschaut, wie kann ich jetzt so etwas wieder in eine wunderbare Matrix übertragen, mit der wir dann jetzt Wahrscheinlichkeiten berechnen können, wie User in verschiedenen Klicks auf dann andere Seiten gelangen.